Armando Abonnieren Armando 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 Und Damen und Herren, herzlich willkommen zum 19. Part von Armando spielt FIFA Mobile Hier kann man sich irgendwas abholen Und noch was? Okay, wen kriegen wir? Okay Ganz gut Ja, Ronaldo Das ist die 105er Version Ronaldo 105er Version Nee KDB Aber immer in 500 Gems 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 Das heißt, wir haben direkt am Anfang schon zwei Weltstars gezogen Zwar nicht in ihrer besten Version Sondern einer von sehr schlechten Aber ist jetzt auch egal Wahrscheinlich kriegen wir hier Ja, wir kriegen hier einen besseren Spieler raus Smalling 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 Also Für euch sind das zwei Sekunden Aber für mich schon etwas länger Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich zurück bin Und dann sehen wir uns gleich noch mal Und dann sehen wir uns gleich wieder Und dann sehen wir uns gleich wieder und dann sehen wir uns gleich wieder bei uns Vielen Dank. 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 , 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